Let me show you just what I'm made of! Captain Yamato, und jetzt finden wir hier das Team Asuma, das werden wir versuchen auch noch anzuwerben. Shui, auf geht's! Ich hab äh solchen Hunger! Oh man. Schein ist Shui, Akimichi, hungrig und Fischigamaru wird das zur echten Last. Hilf ihn, ihr Problem zu wissen, nehmt eure Mahlzeit. Findest du die Shui zufriedenstellt? Was für eine Mahlzeit, bitteschön. Hä, wie soll Shui was zu essen? Das dürfte echt hilfreich sein, hast du das gehört Shui? Danke! Schicklich leid, Shui nervt unglaublich, wenn er Hunger bekommt. Ich will nicht trinken, aber kannst du nicht irgendwas heranschaffen, dass Shui sich reinstoffen kann? Hey, mein armer Magen ist schon sehr empfindlich, den kann ich nicht einfach mit was X-Beliebing beruhigen. Nudeln zum Beispiel hatte ich schon gestern, deshalb will ich heute was anderes sowas wie... Ah, willst du bitte aufhören, uns nicht so kritisch aufzuführen? Gut, ich formuliere mal anders. Ich bin zwar super hungrig, aber ich brauche etwas, das man, finde ich, mal wirklich beruhigt. Pfff, anders formuliert werde ich das nicht... Anders formuliert werde ich das nicht gerade nennen. Und eine coolen Zimmer kennt ihr auch nicht. Ach... Und, nach was verlangt... Nach was verlangt dein empfindlicher Magen, denn... Hä, mal sehen, hm... Hm, Reiskuchen, Bento... Nudeln hat er ja schon. Wie wär's mit, äh... Na, Reiskuchen, kann ich das überhaupt besorgen? Ein Bento-Gericht. Ja, Bento, hört sich prima an. Also, wenn es... Das sein soll, dürfte die Sache schnell zu erledigen sein. Nicht sofort. Bisher sagte ich nur, das hört sich ja prima an. Hä? Ja, weißt du auch, es gibt... Alle möglichen Sorgen von Bento-Gerichten. Du wirst mich nur in Verkackeiern, stimmt's? Du wirst doch jetzt nicht auch noch wählerisch sein. Nicht wählerisch, ich hab nur einen exklusiven Geschmack. Dann möchte ich was essen, das den Gaumen schmeichelt. Und was soll das bitte schön sein? Und welche Art von Bento ist denn? Gaumenschmeichler? Mal sehen. Möchtest du was mit Fisch essen? Ja, mit Gemüse wohl eher nicht. Fisch, das hört sich echt sehr gut an. Andererseits, für Fisch bin ich nicht in der richtigen Stimmung. Gemüse. Gemüse ist äußerst wichtig, aber vielleicht jetzt... Gerade jetzt... Also, was möchtest du essen? Hm, das müsste was Zartes, Saftiges sein. So mit Zwiebeln und Gemüse in einen leckeren Klöpschen. Ich hab doch etwas mit Gemüse... Was ist das? Genau so mit... Oh, ohm. Achso, nein, das ist immer noch Schui. Was ist das? Genau so mit... Essen, so ein perfekt gegrilltes Fleischklöpschen. Noch einmal bitte. Was genau möchtest du jetzt essen? Hast du denn nicht zugehört? Ich hab doch... Schon sehr klar beschrieben. Genauso ein Bento. Und fix bitte Fleischklöpschen. Ach, tut mir leid, aber ich würde... Tut mir leid, aber es würde nicht helfen. Ich werde im alten Lande. Äh... Gibt es so etwas auf... Gibt es so etwas zu kaufen? Hm? Kanz, komm mal rein zu beißen. Siehst du, als könntest du jetzt schon mit der Mission beginnen. Ach, okay. Itemladen in der Höhle, hm? Oder... Moment. Das ist ein Speicherpunkt hier. Nein, das ist das Lotteriegeschäft. Itemladen in der Höhle, Moment. Das wird auch auf der Karte angezeigt. Äh... Heidenshop... Da gibt es ja mehrere. Ich habe ja... Ich bin auch noch auf einen zweiten gestoßen, wenn ich mich richtig erinnere. Beim Schreintorertal zum Beispiel. Oder ist es noch gesperrt? Da komme ich ja auch nicht rein. Das geht jetzt auch noch nicht. Ach, Moment. Da bin ich ja auch wieder falsch. Und da auch... Na... Ja gut, dann... Muss ich halt wieder zurück. Oder wo war denn noch ein Itemladen? Weil es hat gesagt, in der Höhle. Meint er ja damit... Nein, das... Das wäre auch, äh... Viel zu nahe. Ne. Schauen wir mal hier oben. Vielleicht ist da... Ach... Kacke, ey. Ja, ständig von... Ständig von einem Ort zum nächsten gehen zu müssen. Nur, um das... Dann endlich alle abzuwerben. Okay, aber was soll's. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht auf den Geist geht. So. Muss ich halt jetzt... Fleischklößchen, hat er gesagt. Ich hoffe, dass... Ich das richtige Bento kriegen kann von den Typen da. Oder von den Mädeln. Werkzeugverkäuferin. So. Kaibo Lento. Also... Kaibo... Kalbi, Bento, Lenten, Norito, frittiertes Gemüse. Ach, ich hab... Moment mal, ich habe alles! Hä? Hä? Okay. Aber... Was ist das überhaupt? Ich hätte da nicht... Ich bin so behindert, ey. Ich hab total vergessen, dass ich... Oh, Mann! Wie kann ich nur so blöd sein? Na gut, aber jetzt weiß ich's ja. Okay. Ich hab das total vergessen, dass ich die Items ja schon auf Lager habe. Ich hoffe, dass er das auch zufriedenstellen kann. Zartes Saft. Ich hab's hier mit Siebeln und Gemüse gut durch. Wird jetzt perfekt gegrillt. Hä? Ja, und wo gibt's das... Diesen Scheiß zu kaufen? In der Höhle, hat er gesagt. Aber da ist doch niemand, oder? Nein. Ach, come on! Du willst mich wohl verkackern, oder? Muss ich jemand anderen dafür ansprechen? Ah, nein. Ja, welche Höhle? Da ist doch... In der Höhle war ich ja schon, und da ist nichts. Wollt ihr mich sowas von verarschen? Ah... Der Festbrunnen scheint... Da ist alles zugesperrt. Oder muss ich jetzt... Im Shop... Moment mal. Da ist der Items-Shop. Vielleicht in der Höhle dort, wo man jetzt rein kann. Weil da kann ich ja jetzt durch. Vielleicht ist da doch was. Oh, Mann, ey. Ich irre hier wieder rum wie ein viertes Schaf. Ach... Da gab's ja mal so einen Part, wo ich auch so rumgeirrt bin, wegen Gaia und so. Und da hab ich ja auch einen Daumen runter natürlich auf den Part bekommen. Da weiß ich nicht, was für ein Hater mich da jetzt wieder entdeckt hat. Ich weiß nicht warum, was ihm da nicht gefallen hat. Hat entweder das Thumbnail mit Tenten nicht gefallen oder so. Mit... Ja, sexy Tenten. Ja, Tenten, dass das irgendwelche sexy Jutsu ausführt. Oder... Was war da los? Ich weiß auch nicht. Das ist doch der Itemladen. Nein, Moment. Das ist der Auftragsagentur? Oh nein! Oh Gott, da ist... Das ist ein Haufen, ey. Oh Mann, da habe ich wirklich noch viel zu erledigen. Ich meine, 100% will ich zwar nicht spielen, aber... Aufträge möchte ich alle erfüllen. Alle... äh... Möglichst alle... Abwerbungen. Und da ist der Itemladen. Wehe, wenn... Ich hoffe, du hast dieses... Hamburger, Bento, frittiges Hühner, Bento, Kalbi... Das hat's eine Zunge. Ja, kaufe ich mal zwei von denen. Zwei von... Äh... Zwei von denen, bitte. Bento mit besserem Fleisch... Das Konditionen verschafft... Bin das Hamburger, ja... Das ist leider nicht das. Und Bohnensülze-Set, das ist auch nicht. Großer Daifoko... Ist ja noch eins. Hm... Also, ich habe alle Bento's da gekauft, die es gibt. Und hier ist, äh... Hier ist die Auftragsagentur. Da ist ganz schön was los in dieser Höhle. Und ist auch ziemlich groß. Aber da sind natürlich viele, äh... Stellen wieder versiegelt. Trotzdem gucken wir uns hier mal schnell um, was es hier gibt. Hm... Gut möglich, dass man hier vielleicht noch ein, ähm... Ja... Das Team von Neji... Ein Blödsinn, das Team von Hinata... Oh Gott, ich bin blöd. Neji hatten wir schon, das Team von Hinata. Ja... Die sind auch noch zum Abwerben da. Ich weiß, natürlich möchte ich mit der Story auch vorankommen, aber... Vielleicht werben wir die auch noch vorher an. In diesem Part... Werde ich halt in diesem Part damit verbringen, äh... Beide anzuwerben. Bevor es dann mit dem Turnier weitergeht. Weil dann habe ich umso mehr Auswahl bei den Partnern. So... Hier geht's nicht mehr weiter. Ist klar. Ist gut. Aber hier ist ein oberes Stockwerk. Da gibt's ja auch noch was. Heilige Scheiße. Gibt's genügend zum Erkunden? Ey... Boah... Das ist das... Wenn da erstmal alles offen ist, dann wird's wirklich schwierig sich da zu orientieren. Wenn man da nicht hundertmal vorbeikommt, dann hat man... Ah... Da verirrt man sich dann nur, wenn man nicht auf die Karte guckt. Wenn man da nicht mindestens schon... Hundertmal die ganze Insel durchstreift hat, dann weiß man es auch nicht auswendig. Ohne dass man auf die Karte gucken muss. Zumindest ist es bei mir der Fall. Naja... Ich bin halt speziell wegen meines Handicaps. Ich erwähne es immer gerne. Aber okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt vollkommen, vollkommen hilflos bin an der Stelle. Moment... Hab ich da an der Stelle noch nicht geguckt? Da ist ja noch etwas. Itemplan ist hier und da ist ja noch was an der Stelle. Ein Anmeldebereich für... Was ist das? Und... Kämpfe, Warnung beim Eintritt vom Ninja-Welt-Turnier. Du kannst jeweils nur einen einzigen Rang am Ninja-Welt-Turnier teilnehmen. Wenn du einen Rang wechseln möchtest, werde ich bei der Anmeldung des Rangs und... Zudem wechseln möchtest. Den aktuellen Rang gibt es... Gibst du dann auf Vorsicht. Wenn du einen Rang mit dem laufenden Kämpfe wechselst, gehen die Fortschritte ein bisschen... Rang verloren und beginnst... Nein, ich... Okay, ja. Noch nicht. Nachher. Ja gut, dann habe ich erstmal alles erkundet. Dann würde ich sagen, bringen wir jetzt endlich... Ich hoffe, dass unter den Bentos, die ich jetzt gekauft habe, das Richtige dabei ist. Weil ich finde sonst hier kein Itemladen. Und ich weiß auch nicht, welche Höhle sonst noch gemeint sein sollte. Ich hoffe, um Himmels Willen, der wird zufriedengestellt. Weil wehe, wenn das jetzt wieder was sonst war. Dann schwäge ich, dann kriege ich einen Anfall. Wirst du jetzt extra eine Ladezeit dafür kommen? Das hat man doch eben gesehen. Alter. Oder vielleicht stört einen mein Meckern, wenn... Nur weil... Vielleicht stört einen mein Meckern, weil ich ab und zu schon Daumen runter auf meine Naruto-Videos gefunden habe. Ich weiß auch nicht. Das sind halt Hater, die da diese Videos gucken. Ich sollte mich davon nicht unterkriegen lassen. Mich soll das eigentlich nicht stören, weil... Ich verdiene ohnehin nichts an meinen Videos. Also... So ist es mir wurscht sein. Ich mache einfach meine Let's Plays nur als Hobby. Und... Und... Hilfestellungen zu geben, wenn ich kann, falls ich 100% Let's Play mache. Und vorallem, oder auch generell, wenn... Bei einem normalen Let's Play kann ich auch Hilfestellungen geben, wenn man mal irgendwo festhängt. Und vorallem, um die Publisher zu unterstützen. Das ist meine Aufgabe als Let's Player. Okay. Ah, das sieht gut aus. Hamburger Bento? Ah... Ja! Das ist es genau, das möchte ich jetzt essen. Zwiebel, Fleisch, Glüh... Das ist doch kein... Ach, egal. Ach, das war gut. Sohn Hamburger hat sein echtes... Achso, es ist immer noch hier. Sohn Hamburger ist ein echtes Gedicht, die saftige Fleische Genuss, dafür könnte man nicht sterben. Also, bist du jetzt zufrieden? Jawohl! Also, Leute, ich bin wieder im Spiel! Tut mir leid, dass... Freihartest. Also, nicht unbedingt als Gehleister, aber wenn du mal... Was mal brauchst jetzt. Und mit uns verbinden. Ja, wir haben Schuiz... Wir haben dich mit Schuiz-Sonderwünschen genervt, da er möchte... Auch dafür belohnen. Oh ja, wenn... Was zu essen gibst, tue ich alles für dich. Was tust du ohne was zu essen? Ja! Pfff... Aber... Wenn ich da jetzt mal den aktuellen Schuiz-Sonderwünschen sehe, der sieht ja wirklich aus wie ein Samurai. Oder... Ja... Schon... Der hat... Der trägt wirklich die Rüstung eines Samurais, wenn wir das... Wenn wir mich da nicht täuschen. Und trotzdem... Kämpft das mehr so wie ein Sumoringa, möchte ich sagen. Also wie... Hey, ich weiß auch nicht, wie man seinen Kampfstil betrachten kann. Vor allem... Ein dicker Ninja, der ist ja nicht agil. Weil Ninjas sollten eigentlich agil kämpfen können. Na gut... Ich will das jetzt nicht rumkritisieren. Denn es gibt halt immer verschiedene Ninjas. So... Immerhin... Haben wir jetzt wieder jede... Haben wir jetzt wieder ein paar... Äh... Mitglieder für unser Team. Es fehlen noch... Äh... Die aus der Höhle. Und dann... Dürften wir hier fertig sein. Und auch mit diesem Part, würde ich sagen. Weil... Dann können wir im nächsten Part endlich mal... Äh... Mit der Vorrunde des D-Rang... Äh... Des C-Rang-Turniers beginnen. Wird auch längst Zeit. Ich will euch ja nicht mehr länger da... Ähm... Ich will euch ja nicht mehr länger... Auf die Folter spannen. Äh... Das tue ich ja ohnehin, weil ich ja die Videos ja nur am Wochenenden oder freien Tagen hochladen kann. Naja gut. Dann würde ich mal sagen... Können wir jetzt endlich mal... Die nächsten Aufträgen beginnen. Und nachdem wir die Vorrunde begonnen haben... Werden wir uns auch um die Auftragsagentur kümmern. Weil das muss ja auch noch sein. Ebenfalls möchte ich das jetzt auch noch machen. Die ganzen Aufträge, wenn es geht. Ich hoffe, dass es auch wirklich Aufträge sind, die... Ich noch erfüllen kann. Aber wirklich auch alle erfüllen kann. Weil, ähm... In Ultimate Ninja Storm Revolution... Äh... In Ultimate Ninja Storm 3 bin ich bei einer Mission, glaube ich, mal hängen geblieben. Beziehungsweise bei Ultimate Ninja Storm 2, glaube ich, war das so. Da war so ein Versteckspiel und da kam ich nicht weiter. Und jetzt, ähm... Wo sind die denn? Und... In Ultimate Ninja Storm 3, da... Ja, da gab es auch so eine Mission, wo ich nicht vorangekommen bin. Da wusste ich nicht weiter. Und da hatte ich jetzt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Weil ich habe keine neue Mission gefunden. Da gab es etwas, wo... Was ich jetzt nicht zu 100% erfüllen konnte. Leider Gottes. Das einzige, was ich ja noch erfüllen konnte, war die Bonus-Episode. Beim Story-Modus. Und wo zum Teufel sind sie jetzt? Oh, da waren ja noch welche! Oder dürfen sie nicht... Darf man sie dann nicht mehr abwärmen, wenn erstmals die anderen... Ach, Kacke! Ich hasse das! Ich irre hier nur rum wie im vierten Schaf. Die waren doch hier, glaube ich, beim Markt, oder nicht? Ach, Mann! Jetzt sind sie auch irgendwo... Ach... Come on! Springen musst du auch können! Sasuke, stell dich noch nicht so an! Ja, das ist immer noch der... Alter Schwede, ich hasse das! Dieses Labyrinth, eh! Beziehungsweise meine Orientierungslosigkeit. Ich hätte das schon längst finden können. Da bin ich nur zufällig darauf gestoßen. So, hier geht sie wieder runter. Da war ich ja schon an der Stelle. Dann hier auch. Ja, wo könnten die jetzt nur stecken? Die waren doch vorher noch da! Worüber sehe ich sie jetzt gerade? Das könnte eher möglich sein. Wo bin ich jetzt? Hier! Die betrachtet hier die Kristalle. Jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen, oder was? Ähm... Ich glaube, so funktioniert das nicht. Oder liegt das daran, weil ich ja diesen oberen Stockwerk bin? Das ist wohl eher die Möglichkeit, ey! Ja, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn da los? Hier ist kein Ausweg! Ey, komm! Was ist denn zum Teufel hier nur los? Ich will hier raus, verdammt! Wieso geht es denn hier nicht weiter? Ey, ich habe mich da schon überall umgeguckt. Was soll denn der Scheiß? Ey, komm! Was ist denn da jetzt los? Wo bin ich denn jetzt hier? Stecke ich jetzt hier fest? Oder was soll die Scheiße? Da oben gibt es ja auch nichts. Da komme ich ja nicht weiter. Ach nein! Ohhhh, Mann! Ich sehe schon wieder das nächste Daumen runter bei diesem Video. Mindestens eins. Weil ich so ein blöd Hammel bin beim Orientieren. Moment. Habe ich sie jetzt im Visier? Nein, nur den. Ach, come on! Wo sind die denn? Die waren doch hier irgendwo. Die waren genau hier, und jetzt sind sie nicht mehr da. Da bin ich ja nämlich an der Stelle. Da bin ich nämlich an die Stelle geraten. Oh Gott, wo ist denn bloß das Team von Hinata? Das war doch noch hier. Bitte sagen wir nicht, dass die jetzt abgehauen sind. Kommt man die nur zu bestimmten Zeiten? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das checke ich doch irgendwie jetzt nicht so ganz. Moment mal. Also ich war schon mal hier. Hier unten. Und das ist der Ausgang, der eine Weg. Und das wäre die Anmeldung. Oder einen Moment. Da. Das ist das Geschäft. Und... Hier waren sie doch. Bitte, dass ich sie jetzt hier irgendwo treffe. Ja! Da sind sie! Oh mein Gott! Endlich! Ihr habt bestimmt jetzt einen riesen Facepalm. Aber... Was soll's. Es geht jetzt gleich weiter. Jetzt können wir endlich... Jetzt geht's endlich weiter. Tut mir echt leid. Wir müssen uns hervortun, indem wir... Mit mehr Flair kämpfen. Schon wieder die alte Leier. Was hast du gesagt? Spielt keine Rolle, ob wir uns hervortun oder nicht. Und du stehst doch eh schon sehr speziell raus. Das scheint dir zu gefallen. Eigentlich meinte ich das sarkastisch, aber... Was soll's. Es ist auch gleichgültig. Und warum haben wir uns hier versammelt? Also gut. Wir alle haben mit eigenen Missionen zu tun gehabt. Und unser letztes Gemeinsames Training ist lange her. Deshalb wollte ich das für uns treffen, um gemeinsam zu trainieren. So wie das vorhin... Fing schwante mir echt böses. Aber deine Idee? Die finde ich hier wirklich gut. Natürlich müssen wir uns in Tränen Gedanken machen, wie wir uns noch mehr hervortun können. Da habe ich wohl wieder zu früh Entwarnung gegeben. Also... Ja, also... Ähm... Das fühlt sich doch nach einer Menge Spaß an. Ja, naja. Wenn... Einverstanden bist die NATO, dann bin ich auch dabei. Ich wollte sowieso ein bisschen trainieren. Da bereitet sich Gunnar das Thema auf eine ersetzliche Art von Training vor. Nimm mal an diesen Traininteiler, um den anderen beispielhaft vorzuführen, wie man den Kämpf gestaltet. Okay, einfach kämpfen, ne? Du springst ein? Vielen Dank. Wenn wir einen Gegner haben, können wir auch... ...den Kampf als Team üben. Dankeschön. Noch eine Sache, bevor wir anfangen. Diesmal muss das Training... Etwas entfalten, womit wir uns echt davon tun. Stimmt's? Wissen wir schon. Und ich werde denn... Bekämpfer sein. Was? Shino, du packst die Sache falsch an. Ich zeig dir mal, wie man das macht. Warte. Erstmal müssen wir besprechen, wie... So, Leute, fangen wir an! Ich... Ich ahne fürchterliches, weil ich glaube, das wird wieder nur mehr als nur ein Kampf sein. Oder... Ich hoffe, dass es vielleicht nur bei einem Kampf bleibt. Das wäre mir echt lieber. So. Wir können jetzt auch andere wählen. Uh. Hm. Das wäre dann das Team beste Freunde. Normal Naruto können wir nicht auswählen. Team Kakashi. Originale. Originale, Originale, ja. Hm. So könnten wir es eher machen. Naruto in seinem neunschwänzigen Modus mit, äh... Ja. Damit es zusammenpasst mit, äh... Sakura. Dann ist das Team 7 wieder komplett. Und diesmal als Einsatz-Typ. Okay. Und die haben ultimatives Yuzu-Typ. Oh. Das könnte jetzt heraus... Das könnte eine kleine Herausforderung werden. Da bin ich mal gespannt. Wie sie sich, ähm... Ja. Was sie jetzt gegen... Wie sie sich jetzt, äh, gegen mich genau durchsetzen wollen. Okay. Dann starten wir jetzt mal durch. Sorry, dass ich jetzt noch ein bisschen... Ja... Emotionslos wirke, weil... Ähm... Unterstützungseinsatz. Okay. Okay. Jetzt aber geht's richtig ab. Ich bin jetzt halt, äh, schon ein bisschen müde, weil es ist jetzt, ähm... Schon ziemlich viele Parts sind, die ich jetzt gerade aufnehme. Und ja... Ja... Was ich jetzt sagen möchte, ist, dass, ähm... Oh... Puh... Ja, dadurch leidet schon mein Kommentar ein bisschen. Wow, wow, wow. Jetzt ist mal Schluss hier. Also das Unterstützungsteam ist wirklich gut. Da bin ich echt ein bisschen stärker an der Stelle. Bam. Ja, echt krass. So. So kann Naruto zeigen, was er... Ah, wenn er nicht ausweichen würde. Bam. So, und jetzt noch. Wie fürs Jutsu? Intim. Das können wir gar nicht in dem Modus. Oh, wir können versiegeln. Das ist cool. Sie wie Barriere aktiviert. So. Noch schnell Chakra regenerieren. Oh, jetzt. Ultimatives Jutsu. So, jetzt schnell. Mann. Ey. Wow. Nein, nein, nein. Lass uns mal schön bleiben. Ich bin dran mit den ultimativen Jutsu. Was ist das jetzt? Ey. Ich bin ultimatives Jutsu. Geht das wieder nicht, oder was? Ja, wird nicht nötig sein. Naruto erledigt ihn gerade. Was soll's. Ja, mit Sasuke bin ich ganz gut, äh. Ja. Wie soll ich sagen. Mit Sasuke geht das ganz schön gut bisher. Bin froh, dass ich ihn für dieses Ninja-Tournier ausgewählt habe. Das ich für den Ninja-Welt-Tournier aus, äh, das ich ihn für das Ninja-Welt, für das aktuelle Ninja-Welt-Tournier-Modus, äh, ausgesucht habe. Aber wen werde ich dann als nächstes wählen? Weil bei jedem Rang gibt's immer ein neues Team. Insgesamt B, A, S, ja, also insgesamt drei Rängen, noch drei Charaktere. Vielleicht werde ich dazwischen noch Shizui einsetzen zum Abschluss dann, weil der S-Rang bestimmt, äh, heftig wird noch Naruto im neunschwänzigen Modus. Im neunschwänzigen Modus ist er, äh, am stärksten. Da ist er schon praktisch in erwacht-Modi, mehr oder weniger. Ach, ich hab verloren! Hm. Äh, was hast, hast du was zu sagen, Shino? Verloren, und du hast dich dann nicht mal hervorgetan. Ich bin überrascht, weil du dein Superkämpfer sein wolltest. Du verdammter! Jetzt bin ich dran, lass, erzähle ich mir, wie mein wahrer Ninja kämpft. Ach ja? Doch mal sehen, was du so drauf hast. Es ist also doch nicht auf einen Kampf beschränkt, na? Ja, prima. Gut, dann eben doppelt, gemoppelt. Schnell noch die Ninja-Wertze, ich brauche wieder ein paar schrackere Generationen. Oh, diesmal können wir vier! Okay. Das hat sich auch noch mit erhöht. Naja, wir können nicht so viele Nahrungspillen, leider Gottes. Deshalb nehme ich jetzt nur Nahrungspillen hier. Und, ja, Kunai-Regen. Halt völlig random. Ist egal. Habe ich überhaupt auch billige Wundsalbe, also bessere? Oder habe ich davon jetzt keine mehr? Weil ich habe mir doch mal welche gekauft, das weiß ich. Ich habe mir extra einen Haufen dafür gekauft, ey. Warum habe ich schon so viele Wundsalben verloren? Ey, ich sage mir nicht, dass ich die... Ach... So nicht, dass der Fortschritt mir dabei verloren gegangen ist. Ich hoffe nicht, ey. Was soll's. Ja, ich bleibe jetzt bei Unterstützung. Aber es ist auch gut so, weil ein Unterstützungseinsatz, der ist wirklich gut. Muss ich sagen. Er gefällt mir. In diesem Modus, also in diesem Modus sind wir ganz gut besser zurückgekommen. Aber... Ich frage mich, ob ich überhaupt Ultimatives Jutsu auch einsetzen kann. Wow, wow, wow. Oh, da hat man schon Zahn gemacht, ey. Boah. Aber der Angriff ist echt krass, wenn Naruto da einsetzt. Nein, nein, nein. So. Ich kann einfach den... Geht einfach nicht. Ne, das geht unmöglich, leider Gottes. Ne, geht wirklich nicht. Oh, oh, oh. Okay, das erhöht auch jedes Mal die Leiste. Vielleicht kann ich dann irgendeinen ultimativen Angriff einsetzen. So. Ich wünschte, ich könnte auch Ultimatives Jutsu einsetzen. Wow, wow, wow. Nicht so freilich. Alter. So. Siegelbarriere. So, schnell. Ah, nicht nah genug. Ach so, das ist die Siegelbarriere. Stimmt. Damit also... Stimmt ja. Damit kann ich ja... Ähm... Praktisch... Einiges versiegeln bei dem und dem das durch abschwächen. So, zack. Wow, 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 wow. Mein Tifizu zu Intim. So. Oh, ich hab kein Chakra mehr, ey. Ich beschütze mich schnell. Ja, ja. Wer ist hier bitte ab? So. Und jetzt. Äh, ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Ein Ultimatives Jutsu geht leider Gottes nicht. Was soll's. Okay, Sakura greif an. Und jetzt hier. Bam. Ja, was soll's. Dann wird's halt eben kein... Ultimatives Jutsu. Ultimatives Jutsu. Was soll's. Dann wird ich halt eben versuchen zuzuschlagen, wenn ich irgendwie dazukomme. Alter, weicht ständig aus hier. Was zum Teufel? Willst du mich verarschen? Alter Schwede. Alter, jetzt komm. Mit euer Ernst. So, jetzt Siegelbarriere. Zack. So, jetzt bist du mal kurz versiegelt. So. Okay, hier. Sakura schlagt zu. Alter. Diese Insekten, die nerven. Brutal. Muss doch eine Wundsäuber einsetzen. So. Jetzt reicht's. Bleib stehen. So. Und weg. Wieso hat er jetzt plötzlich so rot geleuchtet? Das hat mir jetzt gar nicht zu gefallen. Ja, jetzt kommt noch ein weiterer Kampf, nicht wahr? Ich schätze mal, jetzt ist Hinata dran. Darauf würde ich jetzt wetten. Alter. Ja, bei diesem Part bin ich schon ein bisschen müde. Ich habe ja schon so einiges heute aufgenommen. Und ja, da ist mein Commentary, leider mein Commentary auch darunter ein bisschen. Ich hoffe, dass euch das jetzt nichts ausmacht. Dass ich da nicht so mit, nicht so wirklich mit Elan da in den Part reingehe. Was? Ha! Ja, du wolltest ne große Klappe gehabt. Du hast auch verloren. Sehr seltsam, dass das nicht geschehen dürfen. Hätte, könnte, müsste, komm... Sieh's endlich ein! Was ist los, Hinata? Naja, ich fand diese Person echt fantastisch, weil... ich beide doch beide geschlagen hat. Wie Sam sich auch immer hervortut. Ja, ist völlig unerheblich. Wenn man nicht gewinnt, habe ich recht. Also dann... Ja, wir werden alle von lernen, was sich am meisten vorgetan hat. Deshalb freuen wir uns alle zusammen mit dir. Ähm, ich auch? Natürlich, wir müssen bekannter werden, als Team 7 das ist. Das ist unser Team-Ziel? Okay, wenigstens doch nicht gegen mit Hinata, nur gegen die beiden hier. Kiba, Shino und Hinata. Passt. Haben wir das endlich mal! Oh yeah, Baby! Na also, damit hätten wir das jetzt auch geschafft. Puh! Donnerwetter wieder zwei, ähm... Angeworben. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part melden wir uns mal für das... Zierang-Turnier an und werden dort, ähm... Ja, auch gleich... Die erste Vorrunde beginnen, bevor wir dann uns Aufträgen widmen. Ich versuche jetzt erstmals aus dieser gottverdammten Höhle herauszukommen. Wenn ich das auch schaffen kann. Das ist so ein blöder Irrgarten, dass es echt der Wahnsinn ist. Und die Insel kann dann noch größer werden, bei den höheren Ringen. Oh mein Gott, das wird schön. Sehr schön. Ernsthaft. Bei meinen Orientierungsproblemen... Ja, aber was soll's. So, das ist ein Laden und da ist das Lotterie. Das Lotteriegeschäft, oder? Ja, das muss das Lotteriegeschäft sein. Nein, das ist noch ein Laden. Gleich zwei Läden. Was ist das denn für einer? Ein Kramladen. Medaillentauschbörse. Genau, da können wir auch die Medaillen gegen Kostüme austauschen. Wir haben jetzt schon 25. Ne, damit können wir uns sogar schon die teuersten Sachen kaufen. Da tauschen. Ich fand das Dreischwänzigen. Ernsthaft? Wir haben jetzt Stofftiere. Ja, das kommt jetzt dann alles demnächst noch an. Okay. Wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn's gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Und sorry, dass ich mit nicht so viel Lan jetzt reingegangen bin. Beim nächsten Mal wird's wieder besser. Bis dahin seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush4D4 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Auf Wiedersehen und Tschüss Leute. Now you know what I'm made of. Alright. Afterongo. Alfred. Apostelle Hinschisi hanno so fort. Ab Polsce. 紅.